Du möchtest in die Welt der Cobots eintauchen und dabei dein konventionelles Schweißgerät weiter nutzen? Das geht nicht? Klar geht das! Auch außerhalb der Großserienfertigung ist der Einsatz von Robotern für viele Aufgaben sinnvoll. Cobots, kollaborierende Roboter, sind in der Branche in aller Munde. Gemeint sind Roboter, die nicht wie sonst üblich im abgeschotteten Bereich arbeiten, Cobots lösen eine Aufgabenstellung gemeinsam mit den Menschen. Um Cobots selbst bei nur teilweise Auslastung effizient einsetzen zu können, müssen die Investitionskosten überschaubar bleiben. EWM leistet hierzu einen entscheidenden Beitrag. Any Rob Int XQ heißt der unscheinbare Kasten. Damit verwandelt sich ein manuelles Micmac XQ Schweißgerät in eine Stromquelle für Cobots. Sämtliche Funktionen eines Roboter-Schweißbrenners werden unterstützt. Any Rob Int XQ lässt sich in alle marktgängigen Feldbus-Systeme integrieren. In Sachen Sicherheit steht der spezialisierten Anlagen in nichts nach. Für den Fall der Fälle gibt es ein Software-Not aus. Selbstverständlich kann er ein robotertaugliches Drahtvorschubgerät ansteuern. Aber nicht nur das. Any Rob Int XQ ist serienmässig für den Betrieb mit zwei Drahtvorschubgeräten vorbereitet. Wozu braucht man das? Nun, wenn der Cobot gerade nicht im Einsatz sein sollte, steht eine spezialisierte Stromquelle ungenutzt in der Gegend herum. Was bedeutet das? Sie kostet weiter Geld, leistet aber nichts. Nicht so eine XQ-Stromquelle mit Any Rob Int XQ. Ohne Umrüsten steht sie sofort für manuelle Schweißaufgaben zur Verfügung. Sei es fürs Heften oder mit einem zweiten Drahtmaterial für völlig andere Aufgabenstellungen. Any Rob Int XQ eignet sich für alle manuellen Micmac XQ-Stromquellen. Ob modular oder demodular aufgebaut, spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Der Unterschied liegt lediglich in der Art der Befestigung. Die Box wird seitlich am Schweißgerät montiert. Bei demodularen XQ-Geräten ist das dank des Flexfit-Gehäuses besonders einfach. Schrauben in die Nutensteine einsetzen, festziehen, fertig. Für demodulare XQ-Geräte ist ein Montagekit verfügbar. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Haltebügeln. Damit wird der Any Rob Int XQ einfach in den Tragegriff eingehängt. Nach dem Anbringen der Anschlüsse für Steuerung, Gas und Netzwerk ist der Any Rob Int XQ einsatzbereit. Den Any Rob Int XQ gibt es in unterschiedlichen Komplettsets mit und ohne digitaler Gasregelung. Immer mit dabei das komfortable Bedienpanel mit unserer beliebten Expert 2.0-Steuerung. Habe ich dich neugierig gemacht? Hast du Fragen? Schreibe es mir in die Kommentare oder wende dich direkt an einen unserer Fachberater oder an eine unserer Vertriebsniederlassungen. Schreibe es mir in die Kommentare.